so hallöchen leute und herzlich willkommen hier zu the last of us nämlich das fraktionsmodus und wir werden jetzt schön erst mal hier online zocken oder auch dann halt in youtube bekannt unter junior lp ja guten tag was los was los ok ja wir haben gerade ein kleines problem weil der gerade hier bei skype nicht aufnimmt ja warum ich das jetzt normal sage weil er nun mal gustle leider nicht hört weil das alles ja scheiße ist los gustle ok so du musst ja nur sagen wenn es auch jetzt bei skype aufnimmt oh man naja das kann vielleicht noch ein bisschen dauern da guck mal kurz was es gibt jetzt verhör ist das das habe ich an ihn gezockt warte kurz mein gott was war mal verhörer gegner spiele um deren schließfach zu finden und öffne es um zu gewinnen lol das stelle ich mir irgendwie lustig vor ich hoffe die bringen noch mehr modi raus so gibt es sonst noch irgendwas neues was jetzt hier reingehauen haben ne bis jetzt nee also zeit zock ich irgendwie nur mit dem scharfschützengewehr weil das einfach am geilsten ist von allen teilen warte ich muss gleich niesen oh mein gott tut mir leid leute aber ich muss jetzt einfach diesen niesen diesen niesen rauslassen so hast du es jetzt mit skype hingekriegt na dann musst du sie wieder starten na mann ey gerade wo es los geht und wir jetzt hier schon 2 minuten 36 sinnlos rumgelabert haben aber jetzt sind es 2.40 ah so mein gott er hat die skype konferation beendet da hat es geht jetzt jetzt es geht es geht wieder es geht gut dann weiß ich ganz genau wo du rumschreit es geht dann werde ich dann die Tonspur dann einfach überspielen es geht scheiße man es geht ja man es geht und jetzt würde er jetzt wenigstens auch den junior LP den kleinen Jölchen hier hallo es geht 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 es ja ich glaube das haben sie jetzt verstanden das war es geht warte mal ach man das habe ich doch schon lange gesehen ich dachte immer ich denke immer ich kann da selber ein kleiner stellen so gut ach nee alter doch nicht so gut dann bekommst du wieder einen Lachflash und dann geht es wieder los oh mein gott ey ich habe vier kranke wir sind 14 hungrig ich habe zwei gesunde und vier kranke menschen scheiße dann musst du sie heilen na warte mal wenn ich sie aber heile ich habe mich verstanden ich habe mich verstanden so ein nur na aber ja jetzt hörst du dich wenigstens wieder normal an naja ja dann müssen wir jetzt einen Vorratsraubzug machen jemann 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 ich will mal left for dead sagen man the last of us warum ich das eigentlich nicht let's play weil es einfach mal irgendwie jetzt langsam ein bisschen zu spät ist und es auch schon einige gemacht haben und dann zocke ich lieber online und nehm das ein bisschen auf das machen nehm ich glaube ich ein paar Leute weniger Waldo 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 keine Ahnung hast davon ne Spaß da hab ich Ahnung davon man Sagi schläft Sagi schläft also da laufen Sagi alter das ist echt eine Sagi einlastige Folge ja also ihr wart ja vorher noch nicht mehr dabei bei mir ja aber es ging die ganze Zeit nur Sagi wäsch die Wäsche jetzt schläft er bei mir sind vier Leute krank alter ich kann heulen ich kann heulen das ist so Sagi gerade hier ja ich muss jetzt erstmal in einem Spiel muss ich jetzt auf jeden Fall über 10 Kills machen damit ich meine Tagesaufgabe hier schaffe ne neun Gegner muss ich K.O. hauen genau und repariert schön eure Ethanol destillen steht rot oder haha ach ja ja genau 20 Überlebende schön 14 sind hungrig 2 sind gesund und der Rest ist krank und der eine frisst die ganze Vorräte weg mich das bist du Alter naja einer muss ja überleben haha wie bei den Huntern ey naja wir sind bei den Huntern echt? ja wir sind die Hunter ich hab keine Fraktion gewählt deswegen ja wie du hast keine Fraktion gewählt ich hab einfach deine Einladung angenommen und dann ja warte mal wo du der Damm da hab ich noch nie gespielt und auf Universität hab ich glaub ich schon mal gespielt mhm na los machen wir mal der Damm hier ja ich nehm meine Ausrüstung 2 mhm und dann nehm ich nichts mhm weißt du warum das nicht lautet? ja warum? ich hatte mein Heimkino an ahhh das ist eine sehr gut professionell vorbereitete Aufnahme ja natürlich ach das meistens das Beste kommt eh immer wenn alles nur hier durcheinander geht ist meistens immer das Beste genau 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 es geht es geht es geht es geht hoff ich oh mein Gott ja natürlich 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 lass mich dann mal ein bisschen geistesgestürzt sein ja ich weiß wir sind alle irgendwo geisteskrank aber wir müssen uns halt trotzdem irgendwo an die Regeln halten welche Regeln? ja welche ohne es gibt eigentlich keine Regeln nichts ist wahr und alles ist erlaubt genau alter AU und Assassin's Creed du bist immer der Gollum du bist immer der Gollum ja ich bin's auch nicht du siehst vielleicht auch aus wie ein Gollum ich weiß es nicht Heißmaul ähm ähm ach hier ach so ja ja vergisst du ja immer nicht den Scheiß hier zu schnappen weil der Scheiß ist ja würde bei jedem einen schreckt oh da oben ist ein Turm guck mal mal ne Runde da oben ist keiner ich werd verrückt du ich würd eigentlich am liebsten auf diesen Turm da hoch gehen vielleicht schaff ich's ja nochmal in dem Spiel ich würd eigentlich am liebsten alle killen und dann deine Mutter würde dich auch killen ne denn sie ist wie Yoda wie wo ich von Cupid geguckt hab die Endaufnahme von denen hier da ging's so du Mutterficker und nur so nen Scheiß ähm ähm so das ist hier richtig Camping like oh da hinten achso ich hab oh den kann ich killen den kann ich killen ich mich beeilen diese Arschgeiden ja man ich hab ihn gekillt er kriecht naja ist doch egal den können die doch jetzt killen wenn er kriecht ist doch egal Da kriegt man doch keine Exekution So, jetzt ist er fast tot Oh, ich hab mir den Arsch geschossen Ich hab mir den Arsch geschossen Du hast den Einlauf verpasst Scheiße, scheiße, scheiße Ich wurde markiert, ne, ich wurde von irgendwas getroffen Aber ich weiß nicht von was Okay, erstmal heilen Heilen Na, 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 na Okay, was kann ich jetzt bauen Irgendwas konnte ich da grad bauen Ach, das, ja Oh, scheiße Was kann, was kann, was kann, was kann Ich hab schon neun Schuss verballert, Alter Ich kann mir Ein Messer Zwei Messer Alter, ich mach dich voll Messer, ey Hey, yo Hey, yo, motherfuck Der war schon Aber was los, Alter Ich wurde exekutiert Von hinten oder was So risch Mit dem Schlagstock und so Nö, eigentlich so richtig von vorne Ich kann dir gar nicht Scharfschützen aussuchen So doll Lol Der hat mich echt mit nem Molotow jetzt gekillt, Mann Ey, hätte ich ihn am Kopf getroffen Wäre er tot gewesen, Mann Scheiße Tja, dann halt auf ein neues Ach da Prinz Ey, ich seh da nicht Ja, ja, da hinten Da hinten War irgendeiner Muss aufpassen, oder ne Scheiße Auf der Brücke liegt ne Leiche Versuch nie so Versuch nie so viel zu rennen Weil dann Seh'n die dich immer auf der Map Wenn du rennst Echt? Ja, das Ja, das Beste ist Das Beste ist Du schleichst eigentlich Die ganze Zeit Ist ja mal behindert, Alter Ja, das ist so Obwohl Ich bastel mir jetzt erstmal Molotow Cocktail, Alter Gibt's da nicht Jetzt kriegt er das alles zurück, Alter Ich möchte auch einen Cocktail Ey, dein Arsch brennt Ich brenne gerade dein Arsch Wegen dem Molotow Führung verloren Achso, ich darf nicht rennen Ich will mal wie bei Battlefield machen Ich will mal rennen Na Klar Ja Ja Klar Ist klar Ja Genau Weißt du Ich schmeiß den blöden Molotow Dahin Und der überlebt das mal So Ganz easy, Alter Easy Easy Ist doch Das ist wieder zum Verzweifeln Da stirbt irgendeiner Schlaft Richtig Glenclie Glenclie stürmt Sehe an die Pimpeln Aber ich seh ja gar kei Feinde Das ist Unbegreiflich ist das Ich seh kei Feind Was war das? Ey, komm mal, Herkos Äh, Glenclie Glenclie Junge, Glenclie Atme weiter, ich helf dir Hat der da Glenclie Wer ist Glenclie? Vielen Dank für die Hilfe, Mann Ja, feind, woher kamen jetzt auf immer die ganzen Bomben, Alter? Okay, Mann, los geht's Glaub ich mal jetzt nicht Oh, jetzt hab ich mir der Bombe, glaub ich, gefehlt Oh, jetzt hab ich mir der Bombe, glaub ich, gefehlt Vorsichtig, ein Firefly Oh, der ist tot Sie haben mich erwischt Komm da raus, du Oh, nein, ich hab da Ich hab nur assistiert, oh mein Gott Und die Formierte Die Besten mit Rauch Moment Er in Ordnung kann losgehen Schössä das muss ich verbinden also wieso fertig los geht's das haben wir jetzt so wie schon alle bemerkte so ich habe kann passieren ich kann nur auch Bomben machen komm her zu mir komm her zu mir zurück 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 hier kommen her kommt also auf der kommt er da kommt er noch von hinten müssen wir mal aufpassen jetzt hier probier doch mal ein wenig rauch aus sie haben mich erwischt ja leute kommt doch mal her kommt er kommt er wurde mich kilt wurde mich kilt oh nein ist der dumm alter wie dumm ist denn der was wieso wieso bist du nicht auf den erst mal gegangen ich dachte schon alle dumm ist er brauchst du das ok man los geht los geht der messer jetzt kann jemanden ja das bekommst wenn du ja aber Pfeil und Bogen ist wirklich eigentlich geil erstens ist es lautlos also man hört nicht wenn du schießt ich äh ich war ja weil ich doch ich wurde doch mit dem Bogen äh von dem Bogen gekillt da äh finde ich es aber eigentlich gar nicht mal so schlecht muss ich sagen also dass ich gestorben bin war scheiße aber dass man nicht hört man sieht dann hier auf der Map dass der geschossen hat oder so das ist dann schon echt gemein muss ich ehrlich sagen scheiße ist ich bräuchte mal sowas wie nach einem Molotow ein Cocktail oder sowas da weißt du wieder nie wo die rumhocken und da kriegst du einfach wieder Schiss die könnten jetzt in Lone sein oder vor uns sitzen ja den werdet ihr ja wo kriegen oder ja den werdet ihr ja wo kriegen oder ja 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 ich bin verletzt hinter euch hinter euch ja ja dort unten an der Treppe ist der ja 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 ein Moment noch ich helfe dir 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 danke für die Hilfe man ok man los geht's 3 Gegner hab ich gekillt na ich muss noch mehr killen noch viel mehr einer 4 1 1 1 1 2 2 3 5 5 Ah! Hei, ein Dringling! Schütze, hafft dich arg! Oh Gott! Hei, ein Dringling! Ich hab's der Nächste! Verflucht doch mal! Die Uniformiten sind echt zäh! Von hinten, von hinten! Aber wieso kommt da auch einer von hinten, ey? Oh Gott! 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 Gustl? Ja, so wie es so aussieß bei Gustls? Sie sind noch nicht gerade abgekackt. Ich bin gerade abgekackt! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020